Menschen in Not, Menschen in Bayern, vor allem Leute, die unverschuldet in Not geraten sind. Die bedürftig sind, die es wirklich brauchen. Ich glaube, man kann sich gar nicht vorstellen, wie schwierig das dann auch einfach ist. Ich war ziemlich am Ende in der Zeit. Man ist vor den Kopf gestoßen, du weißt gar nicht mehr, was du eigentlich machen sollst. Wahnsinn. Es gibt unglaublich viele Schicksalsschläge durch Behinderung, durch Krankheiten. Viele Kinder in der Familie, mehrere krank und behindert und das geht unglaublich ins Geld. Wenn es einem persönlich so gut geht, dann sollte man der Gesellschaft, der man ja eigentlich das irgendwie zu verdanken hat, auch irgendwann anfangen, das etwas zurückzugeben. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass es da die Stiftung Antenne Bayern Hilfe gibt, die das tun und die diesen Leuten helfen. Zunächst mal kann sich jeder melden, der ein Problem hat. Das fängt mit kleinen Dingen an. Jemand kann sich ein teures Medikament nicht leisten, was vielleicht 60, 70 Euro kostet. Eine Familie braucht einen Rollstuhl, ein plötzlicher Unglücksfall. Das besonders Schöne an der Stiftung Antenne Bayern Hilfe ist, dass ich das Gefühl habe, dass gerade die Anträge sehr intensiv untersucht werden. Es reicht nicht, wenn einer schreibt, mir geht es schlecht. Das muss überprüft und verglichen werden, damit wir auch mit dem Geld sorgfältig umgehen. Das hat mich eigentlich dazu bewogen, gerade die Stiftung Antenne Bayern Hilfe besonders zu unterstützen. Also das finde ich so toll, wenn man einfach weiß, das bringt was. Ich unterstütze gern und mit Überzeugung die Stiftung Antenne Bayern Hilfe, weil wir da Gutes tun können, auch viel weitergeben können an Menschen in Not. Uns hat es auf jeden Fall viel gebracht. Dass uns einfach Leute geholfen haben, die wir selber eben gar nicht kennen. Wir möchten uns bei Stiftung Antenne Bayern Hilfe ganz recht herzlich bedanken. Ihr habt uns sehr geholfen. Wir möchten uns bei Stiftung Antenne Bayern Hilfe ganz herzlich bedanken.